Musik Die Heute-Show, einen wunderschönen guten Tag. Was passiert denn jetzt? Ich wollte mal auch ein paar Fragen stellen. Ja, das glaube ich aber nicht, mein Freund. Ich stelle nämlich hier die Fragen. Warum? Weil ich vom ZDF bin. Was ist das? Grüne. Internets. Wir wollen nämlich gar kein Betreuungsgeld als Grüne. Internets, kennst du? Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Merken Sie, darf ich du oder sie sagen? Sie, okay, okay. Ich bleib beim Du dann. Okay, gut. Merken Sie eigentlich noch, bei welcher Partei Sie so sind? Jetzt gerade? Generell. Immer mal hin und her. Ich bin, äh, nee, ich bin wirklich verwirrt. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind anscheinend die Piraten. Ja. Ja, also, äh, wird das, also das, was Sie hier machen jetzt gerade, ist so fürs Internet? Richtig. Um so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen, so Piraten und so, ne? Also auch, jetzt wollen Sie auch cool werden. Ja, Internet haben wir auch. Und dann wollen wir auch keine Betreuungsgeld noch in der Wirtschaft, wenn kein Betreuungsgeld und kein Betreuungsgeld, weil sie es nicht will, nö, nö, nö. Ich mache das seit, äh, 2008 bei den Grünen. Bitte? Seit 2008. Machen Sie das bei den Grünen? Ah ja, okay. Ja, 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 okay. Also wir haben das Internet schon entdeckt. Ja. Aber ich hörte, Sie wählen, Piraten. Ja, das war nur ein Joke. Sicher? Ja, das ist ja fast so, als würde ich die Grünen wählen. Und darum arbeite ich beim Fernsehen und sie beim Internet. Weil ich diese riesen Jokes am Start habe. Wahnsinn, Wahnsinn.